Heinrich von Kleist, der Zweikampf Der Zweikampf ist eine Erzählung von Heinrich von Kleist. Der Zweikampf erschien erstmals 1811 im zweiten Teil der Erzählungen. Der Text entspricht Lose einer Untergattung des Kriminalromans, dem sogenannten Houdanit. Schauplatz und Zeit der Erzählung liegen im Heiligen Römischen Reich während des Spätmittelalters. Laut der Reklamausgabe habe Kleist Anregungen aus Jean-Françards nach 1370 entstandener Chronique de France d'Angleterre et des Pays Voisins übernommen. Handlung Die Erzählung findet gegen Ende des 14. Jahrhunderts statt und beginnt mit einem Rückblick auf kürzlich vergangene Ereignisse. Den ungelösten Brüderzwist zweier hoher Adliger entstanden durch die morganatische Verbindung von Breisachs mit Katharina von Heersbruck. Vor der Eingangs der Erzählung von einem unbekannten Täter begangenen Ermordung von Breisachs hatte dieser bei dem Kaiser eine Änderung der Erbfolge zugunsten seines männlichen Nachkommen mit von Heersbruck erwirkt. Zu Anfang des Textes wird von Breisach von einem Heckenschützen getötet. Die Tatwaffe verweist auf den Bruder von Breisachs, Graf Jakob, den Rotbart. Der schwelende Erbfolgestreit wird als Mordmotiv angenommen. Graf Jakob muss vor einem in Basel kaiserlich einberufenen Gericht Aussage erstatten. Dort beruft der Graf sich auf sein Alibi, dass er zur Tatzeit einer heimlichen Affäre mit der verwitweten Frau Witteplitegarbe von Auerstein nachgegangen sei. Als Beweis dieser Liaison bringt der Graf einen Ring hervor, der dem verstorbenen Ehemann gehörte. Friedrich von Trotha sucht vor dem Gericht in Basel die Rehabilitation der Witwe. Ein ritterlicher Zweikampf, dessen Ausgang von Gott gelenkt werde, so der Glaube der Gemeinde und strittigen Parteien, soll die Schuldfrage klären. Von Trotha unterliegt in dem Zweikampf. Von Auerstein und von Trotha werden demnach zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Doch die wundersam rasche Heilung der als tödlich geltenden Wunden von Trothas sowie die stark eiternde, eigentlich nur oberflächliche Fleischwunde Jakobs des Rotbarts, der an einer tödlichen Infektion zu leiden beginnt, scheinen den Hof und den Klerus auf eine göttliche Intervention hinzuweisen. Durch die Ermittlungen eines Geistlichen kommt zu Tage, dass der Graf aufgrund einer Intrige nur fälschlich geglaubt hatte, mit von Auerstein eine Affäre angegangen zu sein. Der Graf unterbricht die Exekution der Verurteilten, die vor versammeltem Hof einschließlich des kaiserlichen Gefolges stattfinden soll. Durch die Entzündung bereits dem Tode nahe, gesteht der Graf zuletzt, dass er der Auftraggeber für die Ermordung seines Bruders gewesen war. Der Kaiser spricht die Verurteilten frei, der Leichnam des soeben verstorbenen Grafen wird der Justiz, dem Scheiterhaufen, übertragen. Von Auerstein und von Trotha heiraten nach kurzer Zeit und erhalten eine kaiserliche Schenkung die Besitzungen des Grafen. Heinrich von Kleist Der Zweikampf Gelesen von Christoph Hackenberg Herzog Wilhelm von Breisach, der seit seiner heimlichen Verbindung mit einer Gräfin namens Katharina von Hersbruck aus dem Hause Althüningen, die unter seinem Range zu sein schien, mit seinem Halbbruder, dem Grafen Jakob, dem Rotbart, in Feindschaft lebte, kam gegen Ende des 14. Jahrhunderts, da die Nacht des heiligen Remigius zu dämmern begann, von einer in Worms mit dem deutschen Kaiser abgehaltenen Zusammenkunft zurück, worin er sich von diesem Herrn in Ermangelung ehelicher Kinder, die ihm gestorben waren, die Legitimation eines, mit seiner Gemahlin vor der Ehe erzeugten natürlichen Sohnes, des Grafen Philipp von Hüningen, ausgewirkt hatte. Freudiger als während des ganzen Laufs seiner Regierung in die Zukunft blickend, hatte er schon den Park, der hinter seinem Schlosse lag, erreicht, als plötzlich ein Pfeilschuss aus dem Dunkel der Gebüsche hervorbrach und ihm, dicht unter dem Brustknochen, den Leib durchbohrte. Herr Friedrich von Trotha, sein Kämmerer, brachte ihn über diesen Vorfall äußerst betroffen, mithilfe einiger anderen Ritter in das Schloss, wo er nur noch in Armen seiner bestürzten Gemahlin die Kraft hatte, einer Versammlung von Reichsvasallen, die schleunigst auf Veranstaltung der Letzteren zusammenberufen worden war, die kaiserliche Legitimationsakte vorzulegen. Und nach dem nicht ohne lebhaften Widerstand, in dem infolge des Gesetzes die Krone an seinen Halbbruder, den Grafen Jakob, den Rotbart, fiel, die Vasallen seinen letzten bestimmten Willen erfüllt und unter dem Vorbehalt, die Genehmigung des Kaisers einzuholen, den Grafen Philipp als Thron erben, die Mutter aber wegen Minderjährigkeit desselben als Vormünderin und Regentin anerkannt hatten, legte er sich nieder und starb. Die Herzogin bestieg nun ohne weiteres unter einer bloßen Anzeige, die sie durch einige Abgeordnete an ihren Schwager, den Grafen Jakob, den Rotbart, tun ließ, den Thron. Und was mehrere Ritter des Hofes, welche die abgeschlossene Gemütsart des Letzteren zu durchschauen meinten, vorausgesagt hatten, das traf wenigstens dem äußeren Anschein nach ein. Jakob, der Rotbart, verschmerzte in kluger Erwägung der obwaltenden Umstände das Unrecht, das ihm sein Bruder zugefügt hatte. Zum mindesten enthielt er sich aller und jeder Schritte, den letzten Willen des Herzogs umzustoßen und wünschte seinem jungen Neffen zu dem Thron, den er erlangt hatte, von Herzen Glück. Er beschrieb den Abgeordneten, die er sehr heiter und freundlich an seine Tafel zog, wie er seit dem Tode seiner Gemahlin, die ihm ein königliches Vermögen hinterlassen, frei und unabhängig auf seiner Burg lebe, wie er die Weiber der angrenzenden Edelleute, seinen eigenen Wein und in Gesellschaft munterer Freunde die Jagdliebe und wie ein Kreuzzug nach Palästina, auf welchem er die Sünden einer raschen Jugend auch leider, wie er zugab, im Alter noch wachsend abzubüßen dachte, die ganze Unternehmung sei, auf die er noch am Schluss seines Lebens hinausgehe. Vergebens machten ihm seine beiden Söhne, welche in der bestimmten Hoffnung der Thronfolge erzogen worden waren, wegen der Unempfindlichkeit und Gleichgültigkeit, mit welcher er auf ganz unerwartete Weise in diese unheilbare Kränkung ihrer Ansprüche willigte, die bittersten Vorwürfe. Er wies sie, die noch unbärtig waren, mit kurzen und spöttischen Machtsprüchen zur Ruhe, nötigte sie, ihm am Tage des feierlichen Leichenbegängnisses in die Stadt zu folgen und da selbst an seiner Seite den alten Herzog, ihren Ohrheim, wie es sich gebühre, zur Gruft zu bestatten. Und nachdem er im Thronsaal des herzoglichen Palastes dem jungen Prinzen, seinem Neffen, im Gegenwart der Regentin Mutter, gleich allen anderen Großen des Hofes, die Huldigung geleistet hatte, kehrte er unter Ablehnung aller Ämter und Würden, welche die Letztere ihm antrug, begleitet von den Segnungen des ihn um seine Großmut und Mäßigung doppelt verehrenden Volks, wieder auf seine Burg zurück. Die Herzogin schritt nun, nach dieser unverhofft glücklichen Beseitigung der ersten Interessen, zur Erfüllung ihrer zweiten Regentenpflicht, nämlich wegen der Mörder ihres Gemahls, deren man im Park eine ganze Schar wahrgenommen haben wollte, Untersuchungen anzustellen und prüfte zu diesem Zweck selbst mit Herrn Godwin von Hertal, ihrem Kanzler, den Pfeil, der seinem Leben ein Ende gemacht hatte. Inzwischen fand man an demselben nichts, was den Eigentümer hätte verraten können, außer etwa, dass er auf befremdende Weise zierlich und prächtig gearbeitet war, starke Krause und glänzende Federn steckten in einem Stiel, der schlank und kräftig von dunklem Nussbaumholz gedrechselt war. Die Bekleidung des vorderen Endes war von glänzendem Messing und nur die äußerste Spitze selbst, scharf wie die Gräte eines Fisches, war von Stahl. Der Pfeil schien für die Rüstkammer eines vornehmen und reichen Mannes verfertigt zu sein, der entweder in Fäden verwickelt oder ein großer Liebhaber von der Jagd war. Und da man aus einer dem Knopf eingegrabenen Jahreszahl ersah, dass dies erst vor kurzem geschehen sein konnte, so schickte die Herzogin auf Anraten des Kanzlers den Pfeil mit dem Kronsiegel versehen in alle Werkstätten von Deutschland umher, um den Meister, der ihn gedrechselt hatte, aufzufinden und, falls dies gelang, von demselben den Namen dessen zu erfahren, auf dessen Bestellung er gedrechselt worden war. Fünf Monaten darauf lief an Herrn Godwin, den Kanzler, dem die Herzogin die ganze Untersuchung der Sache übergeben hatte, die Erklärung von einem Pfeilmacher aus Straßburg ein, dass er ein Schock solcher Pfeile samt dem dazugehörigen Köcher vor drei Jahren für den Grafen Jakob den Rotbart verfertigt habe. Der Kanzler, über diese Erklärung äußerst betroffen, hielt dieselbe mehrere Wochen lang in seinem Geheimschrank zurück. Zum Teil kannte er, wie er meinte, trotz der freien und ausschweifenden Lebensweise des Grafen den Edelmut desselben zu gut, als dass er ihn einer so abscheulichen Tat, als die Ermordung eines Bruders war, hätte verfähig halten sollen. Zum Teil auch, trotz vieler anderen guten Eigenschaften, die Gerechtigkeit der Regentin zu wenig, als dass er in einer Sache, die das Leben ihres schlimmsten Feindes galt, nicht mit der größten Vorsicht hätte verfahren sollen. Inzwischen stellte er unter der Hand in die Richtung dieser sonderbaren Anzeige Untersuchungen an, und da er durch die Beamten der Stadt Vogtei zufällig ausmittelte, dass der Graf, der seine Burg sonst nie oder nur höchst selten zu verlassen pflegte, in der Nacht der Ermordung des Herzogs daraus abwesend gewesen war, so hielt er es für seine Pflicht, das Geheimnis fallen zu lassen, und die Herzogin in einer der nächsten Sitzungen des Staatsrats von dem befremdenden und seltsamen Verdacht, der durch diese beiden Klagpunkte auf ihren Schwager, den Grafen Jakob, den Rotbart, fiel, umständlich zu unterrichten. Die Herzogin, die sich glücklich pries, mit dem Grafen, ihrem Schwager, auf einem so freundschaftlichen Fuß zu stehen und nichts mehr fürchtete, als seine Empfindlichkeit durch unüberlegte Schritte zu reizen, gab inzwischen zum Befremden des Kanzlers bei dieser zweideutigen Eröffnung nicht das mindeste Zeichen der Freude von sich, vielmehr, als sie die Papiere zweimal mit Aufmerksamkeit überlesen hatte, äußerte sie lebhaft ihr Missfallen, dass man eine Sache, die so ungewiss und bedenklich sei, öffentlich im Staatsrat zur Sprache bringe. Sie war der Meinung, dass ein Irrtum oder eine Verleumdung dabei stattfinden müsse und befahl von der Anzeige, schlechthin bei den Gerichten keinen Gebrauch zu machen. Ja, bei der außerordentlichen, fast schwärmerischen Volksverehrung, deren der Graf nach einer natürlichen Wendung der Dinge seit seiner Ausschließung vom Throne genoss, schien ihr auch schon dieser bloße Vortrag im Staatsrat äußerst gefährlich. Und da sie voraussah, dass ein Stadtgeschwätz darüber zu seinen Ohren kommen würde, so schickte sie, von einem wahrhaft edelmütigen Schreiben begleitet, die beiden Klagpunkte, die sie das Spiel eines sonderbaren Missverständnisses nannte, samt dem, worauf sie sich stützen sollten, zu ihm hinaus, mit der bestimmten Bitte, sie, die im Voraus von seiner Unschuld überzeugt sei, mit aller Widerlegung derselben zu verschonen. Der Graf, der eben mit einer Gesellschaft von Freunden bei der Tafel saß, stand, als der Ritter mit der Botschaft der Herzogin zu ihm eintrat, verbindlich von seinem Sessel auf, aber kaum, während die Freunde den feierlichen Mann, der sich nicht niederlassen wollte, betrachteten, hatte er in der Wölbung des Fensters den Brief überlesen. Als er die Farbe wechselte und die Papiere mit den Worten den Freunden übergab, »Brüder, seht, welch eine schändliche Anklage auf den Mord meines Bruders wieder mich zusammengeschmiedet worden ist!« Er nahm dem Ritter mit einem funkelnden Blick den Pfeil aus der Hand und setzte, die Vernichtung seiner Seele verbergend, inzwischen die Freunde, sich unruhig um ihn versammelten, hinzu, dass in der Tat das Geschoss sein gehöre, und auch der Umstand, dass er in der Nacht des heiligen Remigius aus seinem Schloss abwesend gewesen, gegründet sei. Die Freunde fluchten über diese hämische und niederträchtige Arklästigkeit, sie schoben den Verdacht des Mordes auf die versuchten Ankläger selbst zurück, und schon waren sie im Begriff gegen den Abgeordneten, der die Herzogin, seine Frau, in Schutz nahm, beleidigend zu werden, als der Graf, der die Papiere noch einmal überlesen hatte, in dem er plötzlich unter sie trat, ausrief »Ruhig, meine Freunde!« Und damit nahm er sein Schwert, das im Winkel stand, und übergab es dem Ritter mit den Worten, dass er sein Gefangener sei. Auf die betroffene Frage des Ritters, ob er Recht gehört, und ob er in der Tat die beiden Klagpunkte, die der Kanzler aufgesetzt anerkenne, antwortete der Graf »Ja, ja, ja!« Inzwischen hoffe er, der Notwendigkeit überhoben zu sein, den Beweis wegen seiner Unschuld anders als vor den Schranken eines förmlich von der Herzogin niedergesetzten Gerichts zu führen. Vergebens bewiesen die Ritter, mit dieser Äußerung höchst unzufrieden, dass er in diesem Fall wenigstens keinem anderen als dem Kaiser von dem Zusammenhang der Sache Rechenschaft zu geben brauche. Der Graf, der sich in einer sonderbar plötzlichen Wendung der Gesinnung auf die Gerechtigkeit der Regentin berief, bestand darauf, sich vor dem Landestribunal zu stellen, und schon, indem er sich aus ihren Armen losriss, rief er aus dem Fenster hinaus nach seinen Pferden, willens, wie er sagte, dem Abgeordneten unmittelbar in die Ritterhaft zu folgen. Als die Waffengefährten ihm gewaltsam mit einem Vorschlag, den er endlich annehmen musste, in den Weg traten, sie setzten in ihrer Gesamtzahl ein Schreiben an die Herzogin auf, forderten als ein Recht, das jedem Ritter in solchem Fall zustehe, freies Geleit für ihn und boten, ihr zur Sicherheit, dass er sich dem von ihr errichteten Tribunal stellen, auch allem, was dasselbe über ihn verhängen möchte, unterwerfen würde, eine Bürgschaft von 20.000 Mark Silbers an. Die Herzogin auf diese unerwartete und ihr unbegreifliche Erklärung hielt es, bei den abscheulichen Gerüchten, die bereits über die Veranlassung der Klage im Volk herrschten, für das ratsamste mit gänzlichem Zurücktreten ihrer eigenen Person, dem Kaiser, die ganze Streitsache vorzulegen. Sie schickte ihm auf den Rat des Kanzlers sämtliche über den Vorfall lautende Aktenstücke zu und bat, in seiner Eigenschaft als Reichsoberhaupt, ihr die Untersuchung in einer Sache abzunehmen, in der sie selber als Partei befangen sei. Der Kaiser, der sich wegen Verhandlungen mit der Eidgenossenschaft gerade damals in Basel aufhielt, willigte in diesen Wunsch. Er setzte da selbst ein Gericht von drei Grafen, zwölf Rittern und zwei Gerichtsassessoren nieder und nachdem er dem Grafen Jakob, dem Rotbart, dem Antrag seiner Freunde gemäß gegen die dargebotene Bürgschaft von 20.000 Mark Silbers freies Geleit zugestanden hatte, forderte er ihn auf, sich dem erwähnten Gericht zu stellen und demselben über die beiden Punkte, wie der Pfeil, der nach seinem eigenen Geständnis sein gehöre, in die Hände des Mörders gekommen, auch an welchem dritten Ort er sich in der Nacht des heiligen Renigius aufgehalten habe, Red und Antwort zu geben. Es war am Montag nach Trinitatis, als er, Graf Jakob der Rotbart, mit einem glänzenden Gefolge von Rittern, der an ihn ergangenen Aufforderung gemäß in Basel, vor den Schranken des Gerichts erschien und sich da selbst mit Übergehung der ersten ihm, wie er vorgab, gänzlich unauflöslichen Frage in Bezug auf die zweite, welche für den Streitpunkt entscheidend war, folgendermaßen fasste. »Edle Herr«, und damit stützte er seine Hände auf das Geländer und schaute aus seinen kleinen, blitzenden Augen von rötlichen Augenwimpern überschattet die Versammlung an. »Ihr beschuldigt mich, der von seiner Gleichgültigkeit gegen Krone und Scepterproben genug gegeben hat, der abscheulichsten Handlung, die begangen werden kann, der Ermordung meines mir in der Tat wenig geneigten, aber darum nicht minder teuren Bruders. Und als einen der Gründe, worauf ihr eure Anklage stützt, führt ihr an, dass ich in der Nacht des heiligen Remigius, da jener Frevel verübt ward, gegen eine durch viele Jahre beobachtete Gewohnheit aus meinem Schlosse abwesend war. Nun ist mir gar wohl bekannt, was ein Ritter der Ehre solcher Damen, deren Gunst ihm heimlich zuteilwirt schuldig ist. Und wahrlich, hätte der Himmel nicht aus heiterer Luft dies sonderbare Verhängnis über mein Haupt zusammengeführt, so würde das Geheimnis, das in meiner Brust schläft, mit mir gestorben, zu Staub verwest und erst auf den Posaunenruf des Engels, der die Gräber sprengt, vor Gott mit mir erstanden sein. Die Frage aber, die kaiserliche Majestät durch euren Mund an mein Gewissen richtet, macht, wie ihr wohl selbst einseht, alle Rücksichten und alle Bedenklichkeiten zu schanden. Und weil ihr denn wissen wollt, warum es weder wahrscheinlich noch auch selbst möglich sei, dass ich an dem Mord meines Bruders, es sei nun persönlich oder mittelbar teilgenommen, so vernehmt, dass ich in der Nacht des heiligen Remigius, also zur Zeit, da er verübt worden, heimlich bei der schönen, in Liebe mir ergebenen Tochter des Landdrosts Winfried von Breda, Frau Witte Plittegarde von Auerstein, war. Nun muss man wissen, dass Frau Witte Plittegarde von Auerstein, so wie die schönste, so auch bis auf den Augenblick dieser schmählichen Anklage, die unbescholtenste und makelloseste Frau des Landes war. Sie lebte seit dem Tode des Schlosshauptmanns von Auerstein, ihres Gemahls, den sie wenige Monaten nach ihrer Vermählung an einem ansteckenden Fieber verloren hatte, still und eingezogen auf der Burg ihres Vaters. Und nur auf den Wunsch dieses alten Herrn, der sie gern wieder vermählt zu sehen wünschte, ergab sie sich darin, dann und wann bei den Jagdfesten und Banketten zu erscheinen, welche von der Ritterschaft der umliegenden Gegend und hauptsächlich von Herrn Jakob, dem Rotbart, angestellt wurden. Viele Grafen und Herren aus den edelsten und begütertsten Geschlechtern des Landes fanden sich mit ihren Werbungen bei solchen Gelegenheiten um sie ein, und unter diesen war ihr Herr Friedrich von Trotha, der Kämmerer, der ihr einst auf der Jagd gegen den Anlauf eines verwundeten Ebers tüchtigerweise das Leben gerettet hatte, der teuerste und liebste. Inzwischen hatte sie sich aus Besorgnis ihren beiden auf die Hinterlassenschaft ihres Vermögens rechnenden Brüdern dadurch zu missfallen, aller Ermahnung ihres Vaters ungeachtet noch nicht entschließen können, ihm ihre Hand zu geben. Ja, als Rudolf, der Ältere von beiden, sich mit einem reichen Fräulein aus der Nachbarschaft vermählte und ihm nach einer dreijährigen kinderlosen Ehe zur großen Freude der Familie ein Stammhalter geboren ward, so nahm sie, durch manche deutliche und undeutliche Erklärung bewogen von Herrn Friedrich, ihrem Freunde, in einem unter vielen Tränen abgefassten Schreiben förmlich Abschied, und willigte, um die Einigkeit des Hauses zu erhalten, in den Vorschlag ihres Bruders den Platz als Ebtissin in einem Frauenstift einzunehmen, das unfern ihrer väterlichen Burg an den Ufern des Rheins lag. Gerade um die Zeit, da bei dem Erzbischof von Straßburg dieser Plan betrieben ward und die Sache im Begriff war, zur Ausführung zu kommen, war es, als der Land droßt Herr Winfried von Breda durch das von dem Kaiser eingesetzte Gericht die Anzeige von der Schande seiner Tochter Litte Garde und die Aufforderung erhielt, dieselbe zur Verantwortung gegen die von dem Grafen Jakob, wieder sie angebrachte Beschuldigung nach Basel zu befördern. Man bezeichnete ihm im Verlauf des Schreibens genau die Stunde und den Ort, in welchem der Graf seinem Vorgeben gemäß bei Frau Litte Garde seinen Besuch heimlich abgestattet haben wollte und schickte ihm sogar einen von ihrem verstorbenen Gemahl herrührenden Ring mit, den er beim Abschied zum Andenken an die verflossene Nacht aus ihrer Hand empfangen zu haben versicherte. Nun litt Herr Winfried eben am Tage der Ankunft dieses Schreibens an einer schweren und schmerzvollen Unpässlichkeit des Alters. Er wankte in einem äußerst gereizten Zustande an der Hand seiner Tochter im Zimmer umher, das Ziel schon ins Auge fassend, dass allem, was Leben atmet, gesteckt ist. Der Gestalt, das ihn, bei Überlesung dieser fürchterlichen Anzeige, der Schlag augenblicklich rührte, und er, indem er das Blatt fallen ließ, mit gelähmten Gliedern auf den Fußboden niederschlug. Die Brüder, die gegenwärtig waren, hoben ihn bestürzt vom Boden auf und riefen einen Arzt herbei, der zu seiner Pflege in den Nebengebäuden wohnte, aber alle Mühe, ihn wieder ins Leben zurückzubringen, war umsonst. Er gab, während Frau Littegarde besinnungslos in dem Schoß ihrer Frauen lag seinen Geist auf, und diese, da sie erwachte, hatte auch nicht den letzten bittersüßen Trost, ihm ein Wort zur Verteidigung ihrer Ehre in die Ewigkeit mitgegeben zu haben. Das Schrecken der beiden Brüder über diesen heillosen Vorfall und ihre Wut über die der Schwester Angeschuldigte und leider nur zu wahrscheinliche Schandtat, die ihn veranlasst hatte, war unbeschreiblich. Denn sie wußten nur zu wohl, dass Graf Jakob, der Rotbart, er in der Tat während des ganzen vergangenen Sommers angelegentlich den Hof gemacht hatte, mehrere Turniere und Bankette waren bloß ihr zu Ehren von ihm angestellt und sie, auf eine schon damals sehr anstößige Weise vor allen anderen Frauen, die er zur Gesellschaft zog, von ihm ausgezeichnet worden. Ja, sie erinnerten sich, dass Littegarde gerade um die Zeit des besagten Remigius-Tages eben diesen von ihrem Gemahl her stammenden Ring, der sich jetzt auf sonderbare Weise in den Händen des Grafen Jakob wiederfand, auf einem Spaziergang verloren zu haben vorgegeben hatte. Dergestalt, dass sie nicht einen Augenblick an der Wahrhaftigkeit der Aussage, die der Graf vor Gericht gegen sie abgeleistet hatte, verzweifelten. Vergebens, inzwischen unter den Klagen des Hofgesindes die väterliche Leiche weggetragen ward, umklammerte sie nur um einen Augenblick gehörbittend die Knie ihrer Brüder. Rudolf, vor Entrüstung flammend, fragte sie, indem er sich zu ihr wandte, ob sie einen Zeugen für die Nichtigkeit der Beschuldigung für sich aufstellen könne. Und da sie unter Zittern und Beben erwiderte, dass sie sich leider auf nichts als die Unsträflichkeit ihres Lebenswandels berufen könne, indem ihre Tofe gerade wegen eines Besuchs, den sie in der bewussten Nacht bei ihren Eltern abgestattet, aus ihrem Schlafzimmer abwesend gewesen sei. So stieß Rudolf sie mit Füßen von sich, riss ein Schwert, das an der Wand hing, aus der Scheide und befahl ihr, in missgeschaffener Leidenschaft tobend, indem er Hunde und Knechte herbeirief, augenblicklich das Haus und die Burg zu verlassen. Littegarde stand, bleich wie Kreide, vom Boden auf. Sie bat, indem sie seinen Misshandlungen schweigend auswich, ihr wenigstens zur Anordnung der erforderten Abreise die nötige Zeit zu lassen. Doch Rudolf antwortete weiter nichts als vor Wut schäumend »Hinaus aus dem Schloss!« Der Gestalt, dass da er auf seine eigene Frau, die ihm mit der Bitte um Schonung und Menschlichkeit in den Weg trat, nicht hörte und sie durch einen Stoß mit dem Griff des Schwerts, der ihr das Blutfließen machte, rasend auf die Seite warf, die unglückliche Littegarde mehr tot als lebendig das Zimmer verließ. Sie wankte von den Blicken der gemeinen Menge umstellt über den Hofraum der Schlosspforte zu, wo Rudolf ihr ein Bündel mit Wäsche, wozu er einiges Geld legte, hinausreichen ließ und selbst hinter ihr unter Flüchen und Verwünschungen die Torflügel verschloss. Dieser plötzliche Sturz von der Höhe eines heiteren und fast ungetrübten Glücks in die Tiefe eines unabsehbaren und gänzlich hilflosen Elends war mehr, als das arme Weib ertragen konnte. Unwissend, wohin sie sich wenden solle, wankte sie gestützt am Geländer den Felsenpfad hinab, um sich wenigstens für die einbrechende Nacht ein Unterkommen zu verschaffen. Doch ehe sie noch den Eingang des Dörfchens, das verstreut im Tale lag, erreicht hatte, sank sie schon ihrer Kräfte beraubt auf den Fußboden nieder. Sie mochte allen Erdenleiden entrückt wohl eine Stunde so gelegen haben, und völlige Finsternis deckte schon die Gegend, als sie umringt von mehreren mitleidigen Einwohnern des Orts erwachte. Denn ein Knabe, der am Felsenabhang spielte, hatte sie da selbst bemerkt und in dem Hause seiner Eltern von einer so sonderbaren und auffallenden Erscheinung Bericht abgestattet. Worauf diese, die von Little Garden mancherlei Wohltaten empfangen hatten, äußerst bestürzt sie, in einer so trostlosen Lage zu wissen, sogleich aufbrachen, um ihr mit Hilfe so gut es in ihren Kräftenstand beizuspringen. Sie erholte sich durch die Bemühungen dieser Leute gar bald, und gewann auch bei dem Anblick der Burg, die hinter ihr verschlossen war, ihre Besinnung wieder. Sie weigerte sich aber, das Anerbeten zweier Weiber sie wieder auf das Schloss hinaufzuführen, anzunehmen, und bat nur um die Gefälligkeit ihr sogleich einen Führer herbeizuschaffen, um ihre Wanderung fortzusetzen. Vergebens stellten ihr die Leute vor, daß sie in ihrem Zustande keine Reise antreten könne. Little Garden bestand unter dem Vorwand, daß ihr Leben in Gefahr sei darauf, augenblicklich die Grenzen des Burggebiets zu verlassen. Ja, sie machte, da sich der Haufen um sie, ohne ihr zu helfen, immer vergrößerte Anstalten sich mit Gewalt loszureißen und sich allein, trotz der Dunkelheit der hereinbrechenden Nacht, auf den Weg zu begeben. Der Gestalt, daß die Leute notgedrungen, aus Furcht vor der Herrschaft, falls ihr ein Unglück zustieße, dafür in Anspruch genommen zu werden, in ihren Wunsch willigten, und ihr ein Fuhrwerk herbeischafften, das mit ihr auf die wiederholt an sie gerichtete Frage, wohin sie sich denn eigentlich wenden wolle, nach Basel fuhr. Aber schon vor dem Dorfe änderte sie nach einer aufmerksamen Erwägung der Umstände ihren Entschluß und befahl ihrem Führer umzukehren und sie nach der nur wenige Meilen entfernten Trottenburg zu fahren. Denn sie fühlte wohl, daß sie ohne Beistand gegen einen solchen Gegner, als der Graf Jakob der Rotbart war, vor dem Gericht zu Basel nichts ausrichten würde, und niemand schien ihr des Vertrauens zur Verteidigung ihrer Ehre aufgerufen zu werden würdiger als ihr wackerer, ihr in Liebe, wie sie wohl wußte, immer noch ergebener Freund, der treffliche Kämmerer Herr Friedrich von Trota. Es mochte ungefähr Mitternacht sein, und die Lichter im Schlosse schimmerten noch, als sie äußerst ermüdet von der Reise mit ihrem Fuhrwerk da selbst ankam. Sie schickte einen Diener des Hauses, der ihr entgegenkam, hinauf, um der Familie ihre Ankunft anmelden zu lassen. Doch ehe dieser noch seinen Auftrag vollführt hatte, traten auch schon Fräulein Bertha und Kunigunde, Herrn Friedrichs Schwestern, vor die Tür hinaus, die zufällig im Geschäften des Haushalts im unteren Vorsaal waren. Die Freundinnen hoben Littegarden, die ihnen gar wohl bekannt war, unter freudigen Begrüßungen vom Wagen und führten sie, ob schon nicht ohne einige Beklemmung, zu ihrem Bruder hinauf, der in Akten, womit ihn ein Prozess überschüttete, versenkt an einem Tische saß. Aber wer beschreibt das Erstaunen Herrn Friedrichs, als er auf das Geräusch, das sich hinter ihm erhob, sein Antlitz wandte, und Frau Littegarden, bleich und entstellt, ein wahres Bild der Verzweiflung vor ihm, auf Knien niedersinken sah? Meine teuerste Littegarde, rief er, indem er aufstand und sie vom Fußboden erhob, was ist euch widerfahren? Littegarde, nachdem sie sich auf einen Sessel niedergelassen hatte, erzählte ihm, was vorgefallen, welch eine verruchte Anzeige der Graf Jakob der Rotbart, um sich von dem Verdacht wegen Ermordung des Herzogs zu reinigen, vor dem Gericht zu Basel in Bezug auf sie vorgebracht habe, wie die Nachricht da von ihrem alten, eben in einer Unpässlichkeit leidenden Vater augenblicklich den Nervenschlag zugezogen, an welchem er auch wenige Minuten darauf in den Armen seiner Söhne verschieden sei, und wie diese in Entrüstung darüber rasend, ohne auf das, was sie zu ihrer Verteidigung vorbringen könne, zu hören, sie mit den entsetzlichsten Misshandlungen überhäuft und zuletzt gleich einer Verbrecherin aus dem Hause gejagt hatten. Sie bat Herrn Friedrich, sie unter einer schicklichen Begleitung nach Basel zu befördern und ihr da selbst einen Rechtsgehülfen anzuweisen, der ihr bei ihrer Erscheinung vor dem von dem Kaiser eingesetzten Gericht mit klugem und besonnenem Rat gegen jene schändliche Beschuldigung zur Seite stehen könne. Sie versicherte, dass ihr aus dem Munde eines Parters oder Persers, den sie nie mit Augen gesehen, eine solche Behauptung nicht hätte unerwarteter kommen können, als aus dem Munde des Grafen Jakobs des Rotbarts, in dem ihr derselbe seines schlechten Rufs sowohl als seiner äußeren Bildung wegen immer in der tiefsten Seele verhasst gewesen sei und sie die Artigkeiten, die er sich bei den Festgelagen des vergangenen Sommers zuweilen, die Freiheit genommen, ihr zu sagen, stets mit der größten Kälte und Verachtung abgewiesen habe. Genug, meine teuerste Littegarde, rief Herr Friedrich, indem er mit edlem Eifer ihre Hand nahm und an seine Lippen drückte. Verliert kein Wort zur Verteidigung und Rechtfertigung eurer Unschuld. In meiner Brust spricht eine Stimme für euch weit lebhafter und überzeugender als alle Versicherungen, ja selbst als alle Rechtsgründe und Beweise, die ihr vielleicht aus der Verbindung der Umstände und Begebenheiten vor dem Gericht zu Basel für euch aufzubringen vermögt. Nehmt mich, weil eure ungerechten und ungroßmütigen Brüder euch verlassen, als euren Freund und Bruder an, und gönnt mir den Ruhm, euer Anwalt in dieser Sache zu sein. Ich will den Glanz eurer Ehre vor dem Gericht zu Basel und vor dem Urteil der ganzen Welt wiederherstellen. Damit führte er Littegarden, deren Tränen vor Dankbarkeit und Rührung bei so edelmütigen Äußerungen heftig flossen, zu Frau Helenen, seiner Mutter hinauf, die sich bereits in ihr Schlafzimmer zurückgezogen hatte. Er stellte sie dieser würdigen alten Dame, die ihr mit besonderer Liebe zugetan war, als eine Gastfreundin vor, die sich wegen eines Zwistes, der in ihrer Familie ausgebrochen, entschlossen habe, ihren Aufenthalt während einiger Zeit auf seiner Burg zu nehmen. Man räumte ihr noch in derselben Nacht einen ganzen Flügel des weitläufigen Schlosses ein, erfüllte aus dem Vorrat der Schwestern die Schränke, die sich darin befanden, reichlich mit Kleidern und Wäsche für sie, wies ihr auch ganz ihrem Range gemäß eine anständige, ja prächtige Dienerschaft an. Und schon am dritten Tage befand sich Herr Friedrich von Toter, ohne sich über die Art und Weise, wie er seinen Beweis vor Gericht zu führen gedachte, auszulassen, mit einem zahlreichen Gefolge von Reisigen und Knappen auf der Straße nach Basel. Inzwischen war von den Herren von Breda, Littegardens Brüdern, ein Schreiben, den auf der Burg stattgehabten Vorfall anbetreffend, bei dem Gericht zu Basel eingelaufen, worin sie das arme Weib, sei es nun, dass sie dieselbe wirklich für schuldig hielten oder dass sie sonst Gründe haben mochten, sie zu verderben, ganz und gar als eine überwiesene Verbrecherin der Verfolgung der Gesetze preisgaben. Wenigstens nannten sie die Verstoßung derselben aus der Burg unedelmütiger und unwahrhaftiger Weise eine freiwillige Entweichung. Sie beschrieben, wie sie sogleich, ohne irgendetwas zur Verteidigung ihrer Unschuld aufbringen zu können, auf einige entrüstete Äußerungen, die ihnen entfahren wären, das Schloss verlassen habe und waren bei der Vergeblichkeit aller Nachforschungen, die sie beteuerten, ihrethalb angestellt zu haben, der Meinung, dass sie jetzt wahrscheinlich an der Seite eines dritten Abenteurers in der Welt umirre, um das Maß ihrer Schande zu erfüllen. Dabei trugen sie zur Ehrenrettung der durch sie beleidigten Familie darauf an, ihren Namen aus der Geschlechtstafel des Bredaschen Hauses auszustreichen und begehrten unter weitläufigen Rechtsdeduktionen sie zur Strafe wegen so unerhörter Vergehung aller Ansprüche auf die Verlassenschaft des edlen Vaters, den ihre Schande ins Grab gestürzt, für verlustig zu erklären. Nun waren die Richter zu Basel zwar weit entfernt diesem Antrag, der ohnehin gar nicht vor ihr Forum gehörte zu willfahren, da inzwischen der Graf Jakob beim Empfang dieser Nachricht von seiner Teilnahme an dem Schicksal Litte Gardens die unzweideutigsten und entscheidendsten Beweise gab und heimlich, wie man erfuhr, Reuter ausschickte, um sie aufzusuchen und ihr einen Aufenthalt auf seiner Burg anzubieten. So setzte das Gericht in die Wahrhaftigkeit seiner Aussage keinen Zweifel mehr und beschloss, die Klage, die wegen Ermordung des Herzogs über ihn schwebte, sofort aufzuheben. Ja, diese Teilnahme, die er der Unglücklichen in diesem Augenblick der Not schenkte, wirkte selbst höchst vorteilhaft auf die Meinung des in seinem Wohlwollen für ihn sehr wankenden Volks. Man entschuldigte jetzt, was man früherhin schwer gemissbilligt hatte, die Preisgebung einer ihm in Liebe ergebenen Frau vor der Verachtung aller Welt und fand, dass ihm unter so außerordentlichen und ungeheuren Umständen, da es ihm nichts Geringeres als Leben und Ehre galt, nichts übrig geblieben sei als rücksichtslose Aufdeckung des Abenteuers, das sich in der Nacht des heiligen Remigius zugetragen hatte. Demnach ward auf ausdrücklichen Befehl des Kaisers der Graf Jakob der Rotbart von Neuem vor Gericht geladen, um feierlich bei offenen Türen von dem Verdacht zur Ermordung des Herzogs mitgewirkt zu haben, freigesprochen zu werden. Eben hatte der Herold unter den Hallen des weitläufigen Gerichtssaals das Schreiben der Herren von Breda abgelesen und das Gericht machte sich bereit, dem Schluss des Kaisers gemäß in Bezug auf den ihm zur Seite stehenden Angeklagten zu einer förmlichen Ehrenerklärung zu schreiten, als Herr Friedrich von Trotter vor die Schranken trat und sich, auf das allgemeine Recht jedes unparteiischen Zuschauers gestützt, den Brief auf einen Augenblick zur Durchsicht ausbart. Man willigte, während die Augen alles Volks auf ihn gerichtet waren, in seinen Wunsch. Aber kaum hatte Herr Friedrich aus den Händen des Herolds das Schreiben erhalten, als er es, nach einem flüchtig hineingeworfenen Blick, von oben bis unten zerriss und die Stücken samt seinem Handschuh, die er zusammenwickelte, mit der Erklärung dem Grafen Jakob, dem Rotbart, ins Gesicht warf, dass er ein schändlicher und niederträchtiger Verleumder und er entschlossen sei. Die Schuldlosigkeit Frau Littegardens an dem Frevel, den er ihr vorgeworfen, auf Tod und Leben, vor aller Welt, im Gottesurteil zu beweisen. Graf Jakob, der Rotbart, nachdem er blass im Gesicht den Handschuh aufgenommen, sagte, So gewiss als gottgerecht im Urteil der Waffen entscheidet, so gewiss werde ich dir die Wahrhaftigkeit dessen, was ich Frau Littegarden betreffend notgedrungen verlautbart im ehrlichen ritterlichen Zweikampf beweisen. Erstattet, edle Herren, sprach er, indem er sich zu den Richtern wandte, kaiserlicher Majestät Bericht von dem Einspruch, welchen Herr Friedrich getan, und er sucht sie, uns Stunde und Ort zu bestimmen, wo wir uns mit dem Schwert in der Hand zur Entscheidung dieser Streitsache begegnen können. Demgemäß schickten die Richter unter Aufhebung der Session eine Deputation mit dem Bericht über diesen Vorfall an den Kaiser ab. Und da dieser durch das Auftreten Herrn Friedrichs als Verteidiger Littegardens nicht wenig in seinem Glauben an die Unschuld des Grafen Irre geworden war, so rief er, wie es die Ehrengesetze erforderten, Frau Littegarden zur Beiwohnung des Zweikampfs nach Basel und setzte zur Aufklärung des sonderbaren Geheimnisses, das über dieser Sache schwebte, den Tag der heiligen Margarete, als die Zeit und den Schlossplatz zu Basel, als den Ort an, wo beide Herr Friedrich von Trotha und der Graf Jakob der Rotbart im Gegenwart, Frau Littegardens, einander treffen sollten. Eben ging diesem Schluss gemäß die Mittagssonne des Margaretentages über die Türme der Stadt Basel und eine unermessliche Menschenmenge, für welche man Bänke und Gerüste zusammengezimmert hatte, war auf dem Schlossplatz versammelt, als auf den dreifachen Ruf des vor dem Altarn der Kampfrichter stehenden Herolds, beide von Kopf zu Fuß in schimmerndes Erz gerüstet, Herr Friedrich und der Graf Jakob zur Ausfechtung ihrer Sache in die Schranken traten. Fast die ganze Ritterschaft von Schwaben und der Schweiz war auf der Rampe des im Hintergrund befindlichen Schlosses gegenwärtig, und auf dem Balkon desselben saß von seinem Hofgesinde umgeben der Kaiser selbst, nebst seiner Gemahlin und den Prinzen und Prinzessinnen, seinen Söhnen und Töchtern. Kurz vor Beginn des Kampfes, während die Richter Licht und Schatten zwischen den Kämpfern teilten, traten Frau Helena und ihre beiden Töchter Bertha und Kunigunde, welche Litegarden nach Basel begleitet hatten, noch einmal an die Pforten des Platzes und baten die Wächter, die da selbst standen, um die Erlaubnis eintreten und mit Frau Litegarden, welche einem uralten Gebrauch gemäß auf einem Gerüst innerhalb der Schranken saß, ein Wort sprechen zu dürfen. Denn obschon der Lebenswandel dieser Dame die vollkommenste Achtung und ein ganz uneingeschränktes Vertrauen in die Wahrhaftigkeit ihrer Versicherungen zu erfordern schien, so stürzte doch der Ring, den der Graf Jakob aufzuweisen hatte, und noch mehr der Umstand, dass Litegarde ihre Kammerzofe, die einzige, die ihr hätte zum Zeugnis dienen können, in der Nacht des heiligen Remigius beurlaubt hatte, ihre Gemüter in die lebhafteste Besorgnis. Sie beschlossen, die Sicherheit des Bewusstseins, das der Angeklagten innewohnte, im Drang dieses entscheidenden Augenblicks noch einmal zu prüfen und ihr die Vergeblichkeit, ja Gotteslästerlichkeit des Unternehmens, falls wirklich eine Schuld ihre Seele drückte, auseinander zu setzen, sich durch den heiligen Ausspruch der Waffen, der die Wahrheit unfehlbar ans Licht bringen würde, davon reinigen zu wollen. Und in der Tat hatte Litegarde alle Ursache, den Schritt, den Herr Friedrich jetzt für sie tat, wohl zu überlegen. Der Scheiterhaufen wartete ihrer sowohl als ihres Freundes des Ritters von Trota, falls Gott sich im Eisernen Urteil nicht für ihn, sondern für den Grafen Jakob den Rotbart und für die Wahrheit der Aussage entschied, die derselbe vor Gericht gegen sie abgeleistet hatte. Frau Litegarde, als sie Herrn Friedrichs Mutter und Schwestern zur Seite eintreten sah, stand mit dem ihr eigenen Ausdruck von Würde, der durch den Schmerz, welcher über ihr Wesen verbreitet war, noch rührender wart von ihrem Sessel auf und fragte sie, indem sie ihnen entgegenging, was sie in einem so verhängnisvollen Augenblick zu ihr führe. »Mein liebes Töchterchen«, sprach Frau Helena, indem sie dieselbe auf die Seite führte, »wollt ihr einer Mutter, die keinen Trost im öden Alter als den Besitz ihres Sohnes hat, den Kummer ersparen, ihn an seinem Grabe beweinen zu müssen. Euch, ehe noch der Zweikampf beginnt, reichlich beschenkt und ausgestattet, auf einen Wagen setzen und eins von unseren Gütern, das jenseits des Rheins liegt und euch anständig und freundlich empfangen wird, von uns zum Geschenk annehmen.« Litegarde, nachdem sie ihr mit einer Blässe, die ihr über das Antlitz flog, einen Augenblick starr ins Gesicht gesehen hatte, bog, sobald sie die Bedeutung dieser Worte in ihrem ganzen Umfang verstanden hatte, ein Knie vor ihr. »Verehrungswürdigste und vortreffliche Frau«, sprach sie, »kommt die Besorgnis, dass Gott sich in dieser entscheidenden Stunde gegen die Unschuld meiner Brust erklären werde, aus dem Herzen eures edlen Sohnes?« »Weshalb?«, fragte Frau Helena. »Weil ich ihn in diesem Falle beschwöre, das Schwert, das keine vertrauensvolle Hand führt, lieber nicht zu zücken und die Schranken, unter welchem schicklichen Vorwand es sei, seinem Gegner zu räumen, mich aber ohne dem Gefühl des Mitleids, von dem ich nichts annehmen kann, ein unzeitiges Gehör zu geben, meinem Schicksal, das ich in Gottes Hand stelle, zu überlassen.« »Nein«, sagte Frau Helena verwirrt, »mein Sohn weiß von nichts. Es würde ihm, der vor Gericht sein Wort gegeben hat, eure Sache zu verfechten, wenig anstehen euch jetzt, da die Stunde der Entscheidung schlägt, einen solchen Antrag zu machen. Im festen Glauben an eure Unschuld steht er, wie ihr seht, bereits zum Kampf gerüstet dem Grafen eurem Gegner gegenüber. Es war ein Vorschlag, den wir uns, meine Töchter und ich, in der Bedrängnis des Augenblicks zur Berücksichtigung aller Vorteile und Vermeidung alles Unglücks ausgedacht haben.« »Nun«, sagte Frau Littegarde, indem sie die Hand der alten Dame unter einem heißen Kuss mit ihren Tränen befeuchtete, »so laßt ihn sein Wort lösen. Keine Schuld, befleckt mein Gewissen, und ginge er ohne Helm und Harnisch in den Kampf. Gott und alle seine Engel beschirmen ihn.« Und damit stand sie vom Boden auf und führte Frau Helena und ihre Töchter auf einige innerhalb des Gerüstes befindliche Sitze, die hinter dem mit rotem Tuch beschlagenen Sessel, auf dem sie sich selbst niederließ, aufgestellt waren. Hierauf blies der Herold auf den Wink des Kaisers zum Kampf, und beide Ritter, Schild und Schwert in der Hand, gingen aufeinander los. Herr Friedrich verwunderte gleich auf den ersten Hieb den Grafen. Er verletzte ihn mit der Spitze seines nicht eben langen Schwertes da, wo zwischen Arm und Hand die Gelenke der Rüstung ineinander griffen. Aber der Graf, der durch die Empfindung geschreckt zurücksprang und die Wunde untersuchte, fand, dass, ob schon das Blut heftig floss, doch nur die Haut oben hin geritzt war. Der Gestalt, dass er auf das Murren der auf der Rampe befindlichen Ritter über die Unschicklichkeit dieser Aufführung wieder vordrang und den Kampf mit erneuten Kräften, einem völlig gesunden Gleich, wieder fortsetzte. Jetzt wogte zwischen beiden Kämpfern der Streit, wie zwei Sturmwinde einander begegnen, wie zwei Gewitterwolken ihre Blitze einander zusendend, sich treffen und ohne sich zu vermischen unter dem Gekrach häufiger Donner getürmt umeinander herumschweben. Herr Friedrich stand Schild und Schwert vorstreckend auf dem Boden, als ob er darin Wurzel fassen wollte da. Bis an die Sporen grub er sich, bis an die Knöchel und Waden in dem von seinem Pflaster befreiten, absichtlich aufgelockerten Erdreich ein, die tückischen Stöße des Grafen, der klein und behend gleichsam von allen Seiten zugleich angriff, von seiner Brust und seinem Haupt abwehrend. Schon hatte der Kampf die Augenblicke der Ruhe, zu welcher Entatmung beide Parteien zwang, mitgerechnet fast eine Stunde gedauert, als sich von Neuem ein Murren unter den auf dem Gerüst befindlichen Zuschauern erhob. Es schien, es galt diesmal nicht dem Grafen Jakob, der es an Eifer, den Kampf zu Ende zu bringen, nicht fehlen ließ, sondern Herrn Friedrichs Einpfählung auf einem und demselben Fleck und seine seltsame, im Anschein nach fast eingeschüchterte, wenigstens starrsinnige Enthaltung alles eigenen Angriffs. Herr Friedrich, obschon sein Verfahren auf guten Gründen beruhen mochte, fühlte dennoch zu leise, als dass er es nicht so gleich gegen die Forderung derer, die in diesem Augenblick über seine Ehre entschieden, hätte aufopfern sollen. Er trat mit einem mutigen Schritt aus dem sich von Anfang herein gewählten Standpunkt und der Art natürlicher Verschanzung, die sich um seinen Fußtritt gebildet hatte, hervor, über das Haupt seines Gegners, dessen Kräfte schon zu sinken anfingen, mehrere Derbe und ungeschwächte Streiche, die derselbe jedoch unter geschickten Seitenbewegungen mit seinem Schild aufzufangen wußte, darniederschmetternd. Aber schon in den ersten Momenten dieses dergestalt veränderten Kampfes hatte Herr Friedrich ein Unglück, das die Anwesenheit höherer über den Kampf waltender Mächte nicht eben anzudeuten schien. Er stürzte, den Fußtritt in seinen Sporen verwickelnd, stolpernd abwärts, und während er unter der Last des Helms und des Harnisches, die seine oberen Teile beschwerten, mit in dem Staub vorgestützter Hand in die Knie sank, stieß ihm Graf Jakob der Rotbart nicht eben auf die edelmütigste und ritterlichste Weise das Schwert in die dadurch bloßgegebene Seite. Herr Friedrich sprang mit einem Laut des augenblicklichen Schmerzes von der Erde empor. Er drückte sich zwar den Helm in die Augen und machte das Antlitz rasch seinem Gegner wieder zuwendend anstalten, den Kampf fortzusetzen, aber während er sich mit vor Schmerz krumm ungebeugten Leibe auf seinen Degen stützte und Dunkelheit seine Augen umfloss, stieß ihm der Graf seinen Flammberg noch zweimal dicht unter dem Herzen in die Brust, worauf er von seiner Rüstung umrasselt zu Boden schmetterte und Schwert und Schild neben sich niederfallen ließ. Der Graf setzte ihm, nachdem er die Waffen über die Seite geschleudert, unter einem dreifachen Tusch der Trompeten den Fuß auf die Brust. Und inzwischen alle Zuschauer, der Kaiser selbst an der Spitze, unter dumpfen Ausrufungen des Schreckens und Mitleidens von ihren Sitzen aufstanden, stürzte sich Frau Helena im Gefolge ihrer beiden Töchter über ihren teuren, sich in Staub und Blut wälzenden Sohn. »O mein Friedrich«, rief sie an seinem Haupt jammernd niederknierend, während Frau Littegarde ohnmächtig und besinnungslos durch zwei Häscher von dem Boden des Gerüstes, auf welchen sie herabgesunken war, aufgehoben und in ein Gefängnis getragen ward. »Und o die Verruchte«, setzte sie hinzu, »die Verworfene, die das Bewusstsein der Schuld im Busen hierher zu treten und den Arm des treuesten und edelmütigsten Freundes zu bewaffnen, wagt, um ihr ein Gottesurteil in einem ungerechten Zweikampf zu erstreiten.« Und damit hob sie den geliebten Sohn, inzwischen die Töchter ihn von seinem Harnisch befreiten, wehklagend vom Boden auf, und suchte ihm das Blut, das aus seiner edlen Brust vordrang zu stillen. Aber Häscher traten auf Befehl des Kaisers herbei, die auch ihn als einen dem Gesetz Verfallenen in Verwahrsam nahmen. Man legte ihn unter Beihilfe einiger Ärzte auf eine Bahre und trug ihn unter der Begleitung einer großen Volksmenge gleichfalls in ein Gefängnis, wohin Frau Helena jedoch und ihre Töchter die Erlaubnis bekamen, ihm bis an seinen Tod, an dem niemand zweifelte, folgen zu dürfen. Es zeigte sich aber gar bald, dass Herrn Friedrichs Wunden, so lebensgefährliche und zarte Teile sie auch berührten, durch eine besondere Fügung des Himmels nicht tödlich waren. Vielmehr konnten die Ärzte, die man ihm zugeordnet hatte, schon wenige Tage darauf die bestimmte Versicherung an die Familie geben, dass er am Leben erhalten werden würde, ja, dass er bei der Stärke seiner Natur binnen wenigen Wochen, ohne irgendeine Verstümmelung an seinem Körper zu erleiden, wiederhergestellt sein würde. Sobald ihm seine Besinnung, deren ihn der Schmerz während langer Zeit beraubte, wiederkehrte, war seine an die Mutter gerichtete Frage unaufhörlich, was Frau Litte Garde mache. Er konnte sich der Tränen nicht enthalten, wenn er sich dieselbe in der Öde des Gefängnisses der entsetzlichsten Verzweiflung zum Raube hingegeben dachte, und forderte die Schwestern, indem er ihnen liebkosend das Kind streichelte auf, sie zu besuchen und sie zu trösten. Frau Helena, über diese Äußerung betroffen, bat ihn, diese Schändliche und Niederträchtige zu vergessen. Sie meinte, dass das Verbrechen, dessen der Graf Jakob vor Gericht Erwähnung getan und das nun durch den Ausgang des Zweikampfs ans Tageslicht gekommen, verziehen werden könne. Nicht aber die Schamlosigkeit und Frechheit mit dem Bewusstsein dieser Schuld ohne Rücksicht auf den edelsten Freund, den sie dadurch ins Verderben stürzte, das geheiligte Urteil Gottes gleich einer Unschuldigen für sich aufzurufen. »Ach, meine Mutter«, sprach der Kämmerer, »wo ist der Sterbliche, und wäre die Weisheit aller Zeiten sein, der es wagen darf, den geheimnisvollen Spruch, den Gott in diesem Zweikampf getan hat, auszulegen.« »Wie«, rief Frau Helena, »blieb der Sinn dieses göttlichen Spruchs dir dunkel? Hast du nicht auf eine nur leider zu bestimmte und unzweideutige Weise dem Schwert deines Gegners im Kampf unterlegen?« »Sei es«, versetzte Herr Friedrich, »auf einen Augenblick unterlag ich ihm. Aber ward ich durch den Grafen überwunden? Leb ich nicht? Blüh ich nicht? Wie unter dem Hauch des Himmels? Wunderbar wieder empor, vielleicht in wenigen Tagen schon mit der Kraft doppelt und dreifach ausgerüstet, den Kampf, in dem ich durch einen nichtigen Zufall gestört ward, von Neuem wieder aufzunehmen?« »Törichter Mensch«, rief die Mutter, »und weißt du nicht, dass ein Gesetz besteht, nach welchem ein Kampf, der einmal nach dem Ausspruch der Kampfrichter abgeschlossen ist, nicht wieder zur Ausfechtung derselben Sache vor den Schranken des göttlichen Gerichts aufgenommen werden darf?« »Gleich viel«, versetzte der Kämmerer unwillig, »was kümmern mich diese willkürlichen Gesetze der Menschen?« »Kann ein Kampf, der nicht bis an den Tod eines der beiden Kämpfer fortgeführt worden ist, nach jeder vernünftigen Schätzung der Verhältnisse für abgeschlossen gehalten werden?« »Und dürfte ich nicht, falls mir ihn wieder aufzunehmen gestattet wäre, hoffen, den Unfall, der mich betroffen, wieder herzustellen und mir mit dem Schwert einen ganz anderen Spruch Gottes zu erkämpfen, als den, der jetzt beschränkter und kurzsichtigerweise dafür angenommen wird?« »Gleichwohl«, entgegnete die Mutter bedenklich, »sind diese Gesetze, um welche du dich nicht zu bekümmern vorgibst, die Waltenden und Herrschenden. Sie üben, verständig oder nicht, die Kraft göttlicher Satzungen aus und überliefern dich und sie, wie ein verabscheuungswürdiges Frevelpaar der ganzen Strenge der peinlichen Gerichtsbarkeit.« »Ach«, rief Herr Friedrich, »das eben ist es, was mich jammervollen in Verzweiflung stürzt. Der Stab ist einer Überwiesenen gleich über sie gebrochen, und ich, der ihre Tugend und Unschuld vor der Welt erweisen wollte, bin es, der dies Elend über sie gebracht hat. Ein heilloser Fehl tritt in die Riemen meiner Sporen, durch den Gott mich, vielleicht ganz unabhängig von ihrer Sache, der Sünden meiner eigenen Brust wegen strafen wollte, gibt ihre blühenden Glieder der Flamme und ihr Andenken ewiger Schande preis.« Bei diesen Worten stieg ihm die Träne heißen männlichen Schmerzes ins Auge. Er kehrte sich, indem er ein Tuch ergriff, der Wand zu, und Frau Helena und ihre Töchter knieten in stiller Rührung an seinem Bett nieder und mischten, indem sie seine Hand küßten, ihre Tränen mit den Seinigen. Inzwischen war der Turmwächter mit Speisen für ihn und die Seinigen in sein Zimmer getreten, und da Herr Friedrich ihn fragte, wie sich Frau Littegarde befinde, vernahm er in abgerissenen und nachlässigen Worten desselben, dass sie auf einem Bündel Stroh liege und noch seit dem Tage, da sie eingesetzt worden, kein Wort von sich gegeben habe. Herr Friedrich ward durch diese Nachricht in die äußerste Besorgnis gestürzt. Er trug ihm auf, der Dame zu ihrer Beruhigung zu sagen, dass er durch eine sonderbare Schickung des Himmels in seiner völligen Besserung begriffen sei, und bat sich von ihr die Erlaubnis aus, sie nach Wiederherstellung seiner Gesundheit mit Genehmigung des Schlossvogts einmal in ihrem Gefängnis besuchen zu dürfen. Doch die Antwort, die der Turmwächter von ihr, nach mehrmaligem Rütteln derselben am Arm, da sie wie eine Wahnsinnige ohne zu hören und zu sehen auf dem Stroh lag, empfangen zu haben, vorgab, war? Nein. Sie wolle, solange sie auf Erden sei, keinen Menschen mehr sehen. Ja, man erfuhr, dass sie noch an demselben Tage dem Schlossvogt in einer eigenhändigen Zuschrift befohlen hatte, niemanden, wer es auch sei, den Kämmerer von Trotha aber am allerwenigsten zu ihr zu lassen. Der Gestalt, das Herr Friedrich von der heftigsten Bekümmernis über ihren Zustand getrieben, an einem Tage, an welchem er seine Kraft besonders lebhaft wiederkehren fühlte, mit Erlaubnis des Schlossvogts aufbrach und sich, ihrer Verzeihung gewiß, ohne bei ihr angemeldet worden zu sein, in Begleitung seiner Mutter und beiden Schwestern nach ihrem Zimmer verfügte. Aber wer beschreibt das Entsetzen der unglücklichen Lied der Garde, als sie sich bei dem an der Tür entstehenden Geräusch mit halb offener Brust und aufgelöstem Haar von dem Stroh, das ihr untergeschüttet war, erhob und statt des Turmwächters, den sie erwartete, den Kämmerer, ihren edlen und vortrefflichen Freund, mit manchen Spuren der ausgestandenen Leiden eine wehmütige und rührende Erscheinung an Berthas und Kunigundens Arm bei sich eintreten sah. »Hinweg«, rief sie, indem sie sich mit dem Ausdruck der Verzweiflung rückwärts auf die Decken ihres Lagers zurückwarf und die Hände vor ihr Antlitz drückte. »Wenn dir ein Funken von Mitleid im Busen glimmt hinweg.« »Wie? Meine teuerste Lied der Garde«, versetzte Herr Friedrich. Er stellte sich ihr, gestützt auf seine Mutter, zur Seite und neigte sich in unaussprechlicher Rührung über sie, um ihre Hand zu ergreifen. »Hinweg«, rief sie, mehrere Schritt weit auf Knien vor ihm auf dem Stroh zurückbebend. »Wenn ich nicht wahnsinnig werden soll, so berühre mich nicht. Du bist mir ein Gräuel. Loderndes Feuer ist mir minder schrecklich als du.« »Ich? Dir ein Gräuel?«, versetzte Herr Friedrich betroffen. »Womit, meine edelmütige Litte Garde, hat dein Friedrich diesen Empfang verdient?« Bei diesen Worten setzte ihm Kunigunde auf den Wink der Mutter einen Stuhl hin und lud ihn, schwach wie er war, ein, sich darauf zu setzen. »O Jesus«, rief jene, indem sie sich in der entsetzlichsten Angst das Antlitz ganz auf den Boden gestreckt vor ihm niederwarf, »räume das Zimmer, mein Geliebter, und verlass mich. Ich umfasse in heißer Inbrunst deine Knie. Ich wasche deine Füße mit meinen Tränen. Ich flehe dich wie ein Wurm vor dir im Staube gekrümmt, um die einzige Erbarmung an Räume, mein Herr und Gebieter, räume mir das Zimmer, räume es augenblicklich und verlass mich.« Herr Friedrich stand durch und durch erschüttert vor ihr da. »Ist dir mein Anblick so unerfreulich, Litte Garde?« fragte er, indem er ernst auf sie niederschaute. »Entsetzlich, unerträglich, vernichtend«, antwortete Litte Garde, ihr Gesicht mit verzweiflungsvoll vorgestützten Händen ganz zwischen die Sohlen seiner Füße bergend. »Die Hölle mit allen Schauern und Schrecknissen ist süßer mir und anzuschauen lieblicher als der Frühling deines mir in Huld und Liebe zugekehrten Angesichts.« »Gott im Himmel«, rief der Kämmerer, »was soll ich von dieser Zerknirschung deiner Seele denken?« Sprach das Gottesurteil, Unglückliche die Wahrheit? »Und bist du des Verbrechens, dessen dich der Graf vor Gericht gezwieden hat, bist du dessen schuldig?« »Schuldig, überwiesen, verworfen, in Zeitlichkeit und Ewigkeit verdammt und verurteilt«, rief Litte Garde, indem sie sich den Busen wie eine Rasende zerschlug. »Gott ist wahrhaftig und untrüglich. Geh, meine Sinne reißen und meine Kraft bricht. Lass mich mit meinem Jammer und meiner Verzweiflung allein.« Bei diesen Worten fiel Herr Friedrich in Unmacht. Und während Litte Garde sich mit einem Schleier das Haupt verhüllte und sich wie in gänzlicher Verabschiedung von der Welt auf ihr Lager zurücklegte, stürzten Bertha und Kunigunde, jammernd über ihren entseelten Bruder, um ihn wieder ins Leben zurückzurufen. »O sei verflucht«, rief Frau Helena, da der Kämmerer wieder die Augen aufschlug. »Verflucht zu ewiger Reue diesseits des Grabes und jenseits desselben zu ewiger Verdammnis. Nicht wegen der Schuld, die du jetzt eingestehst, sondern wegen der Unbarmherzigkeit und Unmenschlichkeit. Sie eher nicht, als bist du meinen schuldlosen Sohn mit dir ins Verderben herabgerissen einzugestehen.« »Ich Törin«, fuhr sie fort, indem sie sich verachtungsvoll von ihr abwandte, »hätte ich doch einem Wort, das mir noch kurz vor der Eröffnung des Gottesgerichts der Prior des hiesigen Augustinerklosters anvertraut, bei dem der Graf in fronner Vorbereitung zu der entscheidenden Stunde, die ihm bevorstand, zur Beichte gewesen Glauben geschenkt. Ihm hat er auf die heilige Hostie die Wahrhaftigkeit der Angabe, die er vor Gericht in Bezug auf die Elende niedergelegt, beschworen. Die Gartenpforte hat er ihm bezeichnet, an welcher sie ihn, der Verabredung gemäß beim Einbruch der Nacht, erwartet und empfangen. Das Zimmer ihm, ein seitengemachtes, unbewundenen Schlossturms, beschrieben, worin sie ihn, von den Wächtern unbemerkt eingeführt, das Lager von Polstern bequem und prächtig und einem Thronhimmel aufgestapelt, worauf sie sich in schamloser Schwelgerei heimlich mit ihm gebettet. Ein Eidschwur, in einer solchen Stunde getan, enthält keine Lüge, und hätte ich verblendete meinem Sohn auch nur noch in dem Augenblick des ausbrechenden Zweikampfs eine Anzeige davon gemacht, so würde ich ihm die Augen geöffnet haben und er vor dem Abgrund, an welchem er Stand zurückgebebt sein. »Aber komm«, rief Frau Helena, indem sie Herrn Friedrich sanft umschloss und ihm einen Kuss auf die Stirne drückte. »Entrüstung, die sie der Worte würdigt, ehrt sie, und sein Rücken mag sie erschauen und vernichtet durch die Vorwürfe, womit wir sie verschonen, verzweifeln.« »Der Elende«, versetzte Littegarde, indem sie sich gereizt durch diese Worte emporrichtete. Sie stützte ihr Haupt schmerzvoll auf ihre Knie, und indem sie heiße Tränen auf ihr Tuch niederweinte, sprach sie. »Ich erinnere mich, daß meine Brüder und ich drei Tage vor jener Nacht des heiligen Remigius auf seinem Schlosse waren. Er hatte, wie er oft zu tun pflegte, ein Fest mir zu Ehren veranstaltet, und mein Vater, der den Reiz meiner aufblühenden Jugend gern gefeiert war, mich bewogen, die Einladung in Begleitung meiner Brüder anzunehmen. Spät, nach Beendigung des Tanzes, da ich mein Schlafzimmer besteige, finde ich einen Zettel auf meinem Tisch liegen, der von unbekannter Hand geschrieben und ohne Namensunterschrift eine förmliche Liebeserklärung enthielt. Es traf sich, daß meine beiden Brüder gerade wegen Verabredung unserer Abreise, die auf den kommenden Tag festgesetzt war, in dem Zimmer gegenwärtig waren, und da ich keine Art des Geheimnisses vor ihnen zu haben gewohnt war, so zeigte ich ihnen, von sprachlosem Erstaunen ergriffen, den sonderbaren Fund, den ich soeben gemacht hatte. Diese, welche sogleich des Grafen Hand erkannten, schäumten vor Wut, und der Ältere war willens, sich augenblicks mit dem Papier in sein Gemach zu verfügen, doch der Jüngere stellte ihm vor, wie bedenklich dieser Schritt sei, da der Graf die Klugheit gehabt, den Zettel nicht zu unterschreiben, worauf beide in der tiefsten Entwürdigung über eine so beleidigende Aufführung sich noch in derselben Nacht mit mir in den Wagen setzten und mit dem Entschluß, seine Burg nie wieder mit ihrer Gegenwart zu beehren, auf das Schloss ihres Vaters zurückkehrten. »Dies ist die einzige Gemeinschaft«, setzte sie hinzu, »die ich jemals mit diesem Nichtswürdigen und Niederträchtigen gehabt.« »Wie?« sagte der Kämmerer, indem er ihr sein tränenvolles Gesicht zukehrte. »Diese Worte waren Musik meinem Ohr. Wiederhole sie mir«, sprach er nach einer Pause, indem er sich auf Knien vor ihr niederließ und seine Hände faltete. »Hast du mich um jenes elenden Willen nicht verraten, und bist du rein von der Schuld, deren er dich vor Gericht geziehen?« »Lieber«, flüsterte Littegarde, indem sie seine Hand an ihre Lippen drückte, »bist du's«, rief der Kämmerer, »bist du's?« »Wie die Brust eines neugeborenen Kindes, wie das Gewissen eines aus der Beichte kommenden Menschen, wie die Leiche einer in der Sakristei unter der Einkleidung verschiedenen Nonnen.« »O Gott, der Allmächtige«, rief Herr Friedrich ihre Knie umfassend, »habe Dank! Deine Worte geben mir das Leben wieder. Der Tod schreckt mich nicht mehr, und die Ewigkeit, so eben noch wie ein Meer unabsehbaren Elends vor mir ausgebreitet, geht wieder wie ein Reich voll tausend glänziger Sonnen vor mir auf.« »Du Unglücklicher«, sagte Littegarde, indem sie sich zurückzog, »wie kannst du dem, was dir mein Mund sagt, Glauben schenken?« »Warum nicht?« fragte Herr Friedrich glühend. »Wahnsinniger, rasender«, rief Littegarde, »hat das geheiligte Urteil Gottes nicht gegen mich entschieden? Hast du dem Grafen nicht in jenem verhängnisvollen Zweikampf unterlegen und er nicht die Wahrhaftigkeit dessen, was er vor Gericht gegen mich angebracht ausgekämpft?« »Oh, meine teuerste Littegarde«, rief der Kämmerer, »bewahre deine Sinne vor Verzweiflung. Türme das Gefühl, das in deiner Brust lebt, wie einen Felsen empor. Halte dich daran und wanke nicht, und wenn Erd und Himmel unter dir und über dir zugrunde gingen, lass uns von zwei Gedanken, die die Sinne verwirren, den verständlicheren und begreiflicheren denken, und ehe du dich schuldig glaubst, lieber glauben, dass ich in dem Zweikampf, den ich für dich gefochten, siegte.« »Gott, Herr meines Lebens«, setzte er in diesem Augenblick hinzu, indem er seine Hände vor sein Antlitz legte, »bewahre meine Seele selbst vor Verwirrung. Ich meine, so wahr ich selig werden will, vom Schwert meines Gegners nicht überwunden worden zu sein, da ich schon unter den Staub seines Fußtritts hingeworfen, wieder ins Dasein erstanden bin.« »Wo liegt die Verpflichtung der höchsten göttlichen Weisheit, die Wahrheit im Augenblick der glaubensvollen Anrufung selbst anzuzeigen und auszusprechen?« »O Litte Garde«, beschloss er, indem er ihre Hand zwischen die Seinigen drückte, »im Leben lass uns auf den Tod und im Tode auf die Ewigkeit hinaussehen und des festen, unerschütterlichen Glaubens sein. Deine Unschuld wird, und wird durch den Zweikampf, den ich für dich gefochten, zum heitern, hellen Licht der Sonne gebracht werden.« Bei diesen Worten trat der Schlossvogt ein, und da er Frau Helena, welche weinend an einem Tisch saß, erinnerte, dass so viele Gemütsbewegungen ihrem Sohne schädlich werden könnten, so kehrte Herr Friedrich auf das Zureden der Seinigen, nicht ohne das Bewusstsein einigen Trost gegeben und empfangen zu haben, wieder in sein Gefängnis zurück. Inzwischen war vor dem zu Basel von dem Kaiser eingesetzten Tribunal gegen Herrn Friedrich von Tota sowohl als seine Freundin Frau Litte Garde von Auerstein die Klage wegen sündhaft angerufenen göttlichen Schiedsurteils eingeleitet und beide dem bestehenden Gesetz gemäß verurteilt worden, auf dem Platz des Zweikampfs selbst den schmählichen Tod der Flammen zu erleiden. Man schickte eine Deputation von Räten ab, um es den Gefangenen anzukündigen, und das Urteil würde auch, gleich nach Wiederherstellung des Kämmerers, an ihnen vollstreckt worden sein, wenn es des Kaisers geheime Absicht nicht gewesen wäre, den Grafen Jakob den Rotbart, gegen den er eine Art von Misstrauen nicht unterdrücken konnte, dabei gegenwärtig zu sehen. Aber dieser lag auf eine in der Tat sonderbare und merkwürdige Weise an der kleinen, dem anschein nach unbedeutenden Wunde, die er zu Anfang des Zweikampfs von Herrn Friedrich erhalten hatte, noch immer krank. Ein äußerst verderbter Zustand seiner Säfte verhinderte von Tage zu Tage und von Woche zu Woche die Heilung derselben, und die ganze Kunst der Ärzte, die man nach und nach aus Schwaben und der Schweiz herbeirief, vermochte nicht, sie zu schließen. Ja, ein ätzender, der ganzen damaligen Heilkunst unbekannter Eiterfraß auf eine krebsartige Weise bis auf den Knochen herab im ganzen System seiner Hand um sich, der Gestalt, dass man zum Entsetzen aller seiner Freunde genötigt gewesen war, ihm die ganze schadhafte Hand, und späterhin, da auch hier durch dem Eiterfraß kein Ziel gesetzt ward, den Arm selbst abzunehmen. Aber auch dies als eine radikalkur gepriesene Heilmittel vergrößerte nur, wie man heutzutage leicht eingesehen haben würde, statt ihm abzuhelfen, das Übel. Und die Ärzte, da sich sein ganzer Körper nach und nach in Eiterung und Fäulnis auflöste, erklärten, dass keine Rettung für ihn sei, und er noch vor Abschluss der laufenden Woche sterben müsse. Vergebens forderte ihn der Prior des Augustinerklosters, der in dieser unerwarteten Wendung der Dinge die furchtbare Hand Gottes zu erblicken glaubte, auf, in Bezug auf den zwischen ihm und der Herzogin Regentin bestehenden Streit, die Wahrheit einzugestehen. Der Graf nahm durch und durch erschüttert noch einmal das heilige Sakrament auf die Wahrhaftigkeit seiner Aussage und gab unter allen Zeichen der entsetzlichsten Angst, falls er Frau Littegarden verleumderischerweise angeklagt hätte, seine Seele der ewigen Verdammnis preis. Nun hatte man trotz der Sittenlosigkeit seines Lebenswandels doppelte Gründe, an die innerliche Redlichkeit dieser Versicherung zu glauben. Einmal, weil der Kranke in der Tat von einer gewissen Frömmigkeit war, die einen falschen Eidschwur in solchem Augenblick getan nicht zu gestatten schien, und dann, weil sich aus einem Verhör, das über den Turmwächter des Schlosses derer von Breda angestellt worden war, welchen er, Beruf seines heimlichen Eintritts in die Burg bestochen zu haben vorgegeben hatte, bestimmt ergab, dass dieser Umstand gegründet und der Graf wirklich in der Nacht des heiligen Remigius im Innern des Bredaschen Schlosses gewesen war. Demnach blieb dem Prior fast nichts übrig, als an eine Täuschung des Grafen selbst durch eine dritte ihm unbekannte Person zu glauben. Und noch hatte der Unglückliche, der bei der Nachricht von der wunderbaren Wiederherstellung des Kämmerers selbst auf diesen schrecklichen Gedanken geriet, das Ende seines Lebens nicht erreicht, als sich dieser Glaube schon zu seiner Verzweiflung vollkommen bestätigte. Man muss nämlich wissen, dass der Graf schon lange, ehe seine Begierde sich auf Frau Liedegarden stellte, mit Rosalien, ihrer Kammerzofe, auf einem nichtswürdigen Fuß lebte. Fast bei jedem Besuch, den ihre Herrschaft auf seinem Schlosse abstattete, pflegte er dies Mädchen, welches ein leichtfertiges und sittenloses Geschöpf war, zur Nachtzeit auf sein Zimmer zu ziehen. Da nun Liedegarde bei dem letzten Aufenthalt, den sie mit ihren Brüdern auf seiner Burg nahm, jenen zärtlichen Brief, worin er ihr seine Leidenschaft erklärte, von ihm empfing, so erweckte dies die Empfindlichkeit und Eifersucht dieses seit mehreren Monaten schon von ihm vernachlässigten Mädchens. Sie ließ bei der bald darauf erfolgten Abreise Liedegardens, welche sie begleiten musste, im Namen derselben einen Zettel an den Grafen zurück, worin sie ihm meldete, dass die Entrüstung ihrer Brüder über den Schritt, den er getan, ihr zwar keine unmittelbare Zusammenkunft gestattete, ihn aber einlud, sie zu diesem Zweck in der Nacht des heiligen Remigius, in den Gemächern ihrer väterlichen Burg zu besuchen. Jener, voll Freude über das Glück seiner Unternehmung, fertigte sogleich einen zweiten Brief an Liedegarden ab, worin er ihr seine bestimmte Ankunft in der gesagten Nacht meldete, und sie nur bat ihn, zur Vermeidung aller Irrung, einen treuen Führer, der ihn nach ihrem Zimmern geleiten könne, entgegenzuschicken. Und da die Zofe in jeder Art der Ränke geübt auf eine solche Anzeige rechnete, so glückte es ihr, dies Schreiben aufzufangen und ihm in einer zweiten falschen Antwort zu sagen, dass sie ihn selbst an der Gartenpforte erwarten würde. Darauf am Abend vor der verabredeten Nacht bat sie sich unter dem Vorwand, dass ihre Schwester krank sei und, dass sie dieselbe besuchen wolle, von Liedegarden einen Urlaub aufs Land aus. Sie verließ auch, da sie denselben erhielt, wirklich später am Nachmittag mit einem Bündel Wäsche, den sie unter dem Arm trug, das Schloss und begab sich vor aller Augen nach der Gegend, wo jene Frau wohnte, auf dem Weg. Statt aber diese Reise zu vollenden, fand sie sich bei Einbruch der Nacht unter dem Vorgeben, dass ein Gewitter heranziehe, wieder auf der Burg ein und mittelte sich, um ihre Herrschaft, wie sie sagte, nicht zu stören, indem es ihre Absicht sei, in der Frühe des kommenden Morgens ihre Wanderung anzutreten, ein Nachtlager in einem der leer stehenden Zimmer des verödeten und wenig besuchten Schloßturms aus. Der Graf, der sich bei dem Turmwächter durch Geld den Eingang in die Burg zu verschaffen wußte und in der Stunde der Mitternacht der Verabredung gemäß von einer verschleierten Person an der Gartenpforte empfangen ward, ahndete, wie man leicht begreift, nichts von dem ihm gespielten Betrug. Das Mädchen drückte ihm flüchtig einen Kuss auf den Mund und führte ihn über mehrere Treppen und Gänge des verödeten Seitenflügels in eines der prächtigsten Gemächer des Schlosses selbst, dessen Fenster vorher sorgsam von ihr verschlossen worden waren. Hier, nachdem sie seine Hand haltend auf geheimnisvolle Weise an den Türen umhergehorcht und ihm mit flüsternder Stimme unter dem Vorgeben, dass das Schlafzimmer des Bruders ganz in der Nähe sei, Schweigen geboten hatte, ließ sie sich mit ihm auf dem zur Seite stehenden Ruhebette nieder. Der Graf, durch ihre Gestalt und Bildung getäuscht, schwamm im Taumel des Vergnügens, in seinem Alter noch eine solche Eroberung gemacht zu haben, und als sie ihn beim ersten Dämmerlicht des Morgens entließ und ihm zum Andenken an die verflossene Nacht einen Ring, den Littegarde von ihrem Gemahl empfangen und den sie ihr am Abend zuvor zu diesem Zweck entwendet hatte, an den Finger steckte, versprach er ihr, sobald er zu Hause angelangt sein würde, zum Gegengeschenk einen anderen, der ihm am Hochzeitstage von seiner verstorbenen Gemahlin verehrt worden war. Drei Tage darauf hielt er auch Wort und schickte diesen Ring, den Rosalie wiedergeschickt genug war aufzufangen, heimlich auf die Burg, ließ aber, wahrscheinlich aus Furcht, dass dies Abenteuer ihn zu weit führen könne, weiter nichts von sich hören und wich unter mancherlei Vorwänden einer zweiten Zusammenkunft aus. Späterhin war das Mädchen eines Diebstahls wegen, wovon der Verdacht mit ziemlicher Gewissheit auf ihr ruhte, verabschiedet und in das Haus ihrer Eltern, welche am Rhein wohnten, zurückgeschickt worden. Und da nach Verlauf von neun Monaten die Folgen ihres ausschweifenden Lebens sichtbar wurden und die Mutter sie mit großer Strenge verhörte, gab sie den Grafen Jakob, den Rotbart, unter Entdeckung der ganzen geheimen Geschichte, die sie mit ihm gespielt hatte, als den Vater ihres Kindes an. Glücklicherweise hatte sie den Ring, der ihr von dem Grafen übersendet worden war, aus Furcht für eine Diebin gehalten zu werden, nur sehr schüchtern zum Verkauf anbieten können, auch in der Tat seines großen Werts wegen, niemand gefunden, der ihn zu erstehen Lust gezeigt hätte. Der Gestalt, dass die Wahrhaftigkeit ihrer Aussage nicht in Zweifel gezogen werden konnte und die Eltern, auf dies augenscheinliche Zeugnis gestützt, klagbar wegen Unterhaltung des Kindes, bei den Gerichten gegen den Grafen Jakob einkamen. Die Gerichte, welche von dem sonderbaren Rechtsstreit, der in Basel anhängig gemacht worden war, schon gehört hatten, beeilten sich diese Entdeckung, die für den Ausgang desselben von der größten Wichtigkeit war, zur Kenntnis des Tribunals zu bringen. Und da eben ein Ratsherr in öffentlichen Geschäften nach dieser Stadt abging, so gaben sie ihm, zur Auflösung des fürchterlichen Rätsels, das ganz Schwaben und die Schweiz beschäftigte, einen Brief mit der gerichtlichen Aussage des Mädchens, dem sie den Ring beifügten, für den Grafen Jakob den Rotbart mit. Es war eben an dem zur Hinrichtung Herrn Friedrichs und Litte Gartens bestimmten Tage, welche der Kaiser, unbekannt mit den Zweifeln, die sich in der Brust des Grafen selbst erhoben hatten, nicht mehr aufschieben zu dürfen glaubte, als der Ratsherr zu dem Kranken, der sich in jammervoller Verzweiflung auf seinem Lager wälzte, mit diesem Schreiben ins Zimmer trat. »Es ist genug«, rief dieser, da er den Brief überlesen und den Ring empfangen hatte. »Ich bin das Licht der Sonne zu schauen müde. Verschafft mir«, wandte er sich zum Prior, »eine Bahre und führt mich elenden, dessen Kraft zu Staub versinkt, auf den Richtplatz hinaus. Ich will nicht, ohne eine Tat der Gerechtigkeit verübt zu haben, sterben.« Der Prior, durch diesen Vorfall tief erschüttert, ließ ihn sogleich, wie er begehrte, durch vier Knechte auf ein Traggestell heben und zugleich mit einer unermesslichen Menschenmenge, welche das Glockengeläut um den Scheiterhaufen, auf welchen Herr Friedrich und Litte Garde bereits festgebunden waren, versammelte, kam er mit dem Unglücklichen, der ein Kruzifix in der Hand hielt, daselbst an. »Halt«, rief der Prior, indem er die Bahre dem Altan des Kaisers gegenüber niedersetzen ließ. »Bevor ihr das Feuer an jenen Scheiterhaufen legt, vernehmt ein Wort, das euch der Mund dieses Sünders zu eröffnen hat.« »Wie«, rief der Kaiser, indem er sich leichenblass von seinem Sitz erhob, »Hat das geheiligte Urteil Gottes nicht für die Gerechtigkeit seiner Sache entschieden? Und ist es, nach dem was vorgefallen, auch nur zu denken erlaubt, dass Litte Garde an dem Frevel, dessen er sie geziehen, unschuldig sei?« Bei diesen Worten stieg er betroffen vom Altan herab, und mehr denn tausend Ritter, denen alles Volk über Bänke und Schranken herabfolgte, drängten sich um das Lager des Kranken zusammen. »Unschuldig«, versetzte dieser, indem er sich gestützt auf den Prior halb darauf emporrichtete, wie es der Spruch des Höchsten Gottes an jenem verhängnisvollen Tage vor den Augen aller versammelten Bürger von Basel entschieden hat, denn er von drei Wunden jede tödlich getroffen blüht, wie ihr seht, in Kraft und Lebensfülle, in dessen Einhieb von seiner Hand, der kaum die äußerste Hülle meines Lebens zu berühren schien, in langsam fürchterlicher Fortwirkung den Kern desselben selbst getroffen und meine Kraft, wie der Sturmwind eine Eiche gefällt hat. Aber hier, falls ein Ungläubiger noch Zweifel nähern sollte, sinkt die Beweise. Rosalie, ihre Kammerzofe, war es, die mich in jener Nacht des heiligen Remigius empfing, während ich Elender in der Verblendung meiner Sinne, sie selbst, die meine Anträge stets mit Verachtung zurückbefahre, gewiesen hat, in meinen Armen zu halten, meinte. Der Kaiser stand erstarrt wie zu Stein bei diesen Worten da. Er schickte, indem er sich nach dem Scheiterhaufen umkehrte, einen Ritter ab, mit dem Befehl, selbst die Leiter zu besteigen und dem Kämmerer sowohl als die Dame, welche letztere bereits in den Armen ihrer Mutter in Ohnmacht lag, loszubinden und zu ihm heranzuführen. »Nun, jedes Haar auf eurem Haupt bewacht ein Engel«, rief er, da Littegarde mit halboffener Brust und entfesselten Haaren an der Hand Herrn Friedrichs, ihres Freundes, dessen Knie selbst unter dem Gefühl dieser wunderbaren Rettung wankten, durch den Kreis des in Ehrfurcht und Erstaunen ausweichenden Volks, zu ihm herantrat. Er küßte beiden, die vor ihm niederknieten, die Stirn, und nachdem er sich den Hermelin, den seine Gemahlin trug, erbeten und ihn Littegarden um die Schultern gehängt hatte, nahm er vor den Augen aller versammelten Ritter ihren Arm, in der Absicht, sie selbst in die Gemächer seines kaiserlichen Schlosses zu führen. Er wandte sich, während der Kämmerer gleichfalls statt des Sünderkleids, das ihn deckte mit Federhut und ritterlichem Mantel geschmückt ward, gegen den auf der Bahre jammervoll sich wälzenden Grafen zurück und von einem Gefühl des Mitleidens bewegt, da derselbe sich doch in den Zweikampf, der ihn zugrunde gerichtet, nicht eben auf frevelhafte und gotteslästerliche Weise eingelassen hatte, fragte er den ihm zur Seite stehenden Arzt, ob keine Rettung für den Unglücklichen sei. »Vergebens«, antwortete Jakob der Rotbart, indem er sich unter schrecklichen Zuckungen auf den Schoß seines Arztes stützte. »Und ich habe den Tod, den ich erleide, verdient. Denn wißt, weil mich doch der Arm der weltlichen Gerechtigkeit nicht mehr ereilen wird, ich bin der Mörder meines Bruders, des edlen Herzogs Wilhelm von Breisach. Der Bösewicht, der ihn mit dem Pfeil aus meiner Rüstkammer niederwarf, war sechs Wochen vorher zu dieser Tat, die mir die Krone verschaffen sollte, von mir gedungen.« Bei dieser Erklärung sank er auf die Bahre zurück und hauchte seine schwarze Seele aus. »Ha, die Ahndung meines Gemahls, des Herzogs selbst«, rief die an der Seite des Kaisers stehende Regentin, die sich gleichfalls vom Altan des Schlosses herab im Gefolge der Kaiserin auf den Schlossplatz begeben hatte, mir noch im Augenblick des Todes mitgebrochenen Worten, die ich gleichwohl damals nur unvollkommen verstand, kundgetan. Der Kaiser versetzte in Entrüstung, »So soll der Arm der Gerechtigkeit noch deine Leiche ereilen. Nehmt ihn«, rief er, indem er sich umkehrte, »den Heschern zu, und übergebt ihn gleich gerichtet, wie er ist, den Henkern. Er möge zur Brandmarkung seines Andenkens auf jenem Scheiterhaufen verderben, auf welchem wir eben, um seinet Willen, im Begriffe waren, zwei Unschuldige zu opfern.« Und damit, während die Leiche des Elenden in rötlichen Flammen aufprasselnd vom Hauche des Nordwindes in alle Lüfte verstreut und verweht ward, führte er, Frau Littegarden, im Gefolge aller seiner Ritter auf das Schloss. Er setzte sie durch einen kaiserlichen Schluss wieder in ihr väterliches Erbe ein, von welchem die Brüder in ihrer unedelmütigen Habsucht schon Besitz genommen hatten. Und schon nach drei Wochen ward auf dem Schlosse zu Breisach die Hochzeit der beiden trefflichen Brautleute gefeiert, bei welcher die Herzogin Regentin über die ganze Wendung, die die Sache genommen hatte, sehr erfreut, Littegarden einen großen Teil der Besitzungen des Grafen, die dem Gesetz verfielen, zu Brautgeschenk machte. Der Kaiser aber hing Herrn Friedrich nach der Trauung eine Gnadenkette um den Hals, und sobald er nach Vollendung seiner Geschäfte mit der Schweiz wieder in Worms angekommen war, ließ er in die Statuten des geheiligten göttlichen Zweikampfs überall, wo vorausgesetzt wird, dass die Schuld dadurch unmittelbar ans Tageslicht komme, die Worte einrücken, wenn es Gottes Wille ist. Über den Autor Heinrich von Kleist Geboren am 18.10.1777 in Frankfurt an der Oder. Er kam nach dem frühen Tod des Vaters 1788 in das Haus des Predigers Samuel Kartell und besuchte das französische Gymnasium. 1792 trat er in das Potsdamer Garderegiment ein. Kleist nahm am Rheinfeldzug 1796 teil, wurde Leutnant 1797 und schied 1799 freiwillig aus dem Dienst aus. Dann studierte er Philosophie, Physik, Mathematik und Staatswissenschaft in Frankfurt an der Oder von 1799 bis 1800. Zwischen 1802 und 1803 lebte er in Weimar bei Wieland, wo er auch Goethe und Schiller kennenlernte. 1804 trat er in den preußischen Staatsdienst ein. Er wurde 1807 in Berlin als vermeintlicher Spion festgenommen. 1807 bis 1809 war er in Dresden, wo er mit Tieg verkehrte und mit Adam Müller den Phöbus herausgab. 1810 gab er mit Adam Müller die Berliner Abendblätter heraus, die schon kurz darauf wegen Zensurschwierigkeiten eingestellt werden mussten. Ohne literarischen Erfolg, an menschlichen Bindungen zweifelnd und über die politische Lage verzweifelt, nahm er sich gemeinsam mit der unheilbar kranken Henriette Vogel am Wannsee das Leben. Kleist starb am 21.11.1811. Literaturgeschichtliche Bedeutung Kleists Leben war geprägt vom ruhelosen Streben nach idealem Glück, das sich jedoch immer wieder als trügerisch erwies, und dies spiegelt sich in seinem Werk wieder. Geistesgeschichtlich lässt sich Kleist allerdings nur schwer einordnen, weder in den Kreis der romantischen Theorie noch in den klassischen Diskurs kann man Autor und Werk ohne weiteres eingliedern. Es sei an dieser Stelle auf Kleists kurze Erzählung über das Marionettentheater hingewiesen. Die frühe Kleist-Forschung hat diesen Text stets als mehr- oder minder-theoretische Abhandlung Kleists gelesen und versucht, denselben im Sinne der ästhetischen Programmatik des romantischen Diskurses zu deuten. Neuere Versuche der Interpretation, insbesondere jene, die einem dekonstruktivistischen Interesse entspringen, betonen dem entgegen das subversive Potenzial des Textes und sehen den zentralen Gehalt in der spielerisch-ironischen Demontage des zeitgenössischen ästhetisch-idealphilosophischen Diskurses. So werden die Marionetten etwa als das Gegenteil des Ichs und die im Text erzählten Episoden als Bilder der Unidentität im Sille fehlender Autonomie interpretiert. Ebenso wie man versucht, Kleist in die Strömungen der Romantik einzuordnen, wird auch eine Affinität zwischen den Dramen Kleists und der klassischen Dichtung betont. Diese Zuordnung beruht auf der stofflichen Wahl, denn mehrmals adaptiert Kleist antike mythologische Inhalte, was eigentlich ein Kennzeichen klassischer Ästhetik ist, und hält sich bei seiner Bearbeitung an den klassischen Dramenaufbau, wie überhaupt das Verfassen von Dramen eher für die Dichter der Weimarer Klassik als die Dichter der Romantik kennzeichnend ist. Zugleich werden aber in Kleists klassischen Dramen die klassischen Stilprinzipien in hohem Maße verletzt, wie schon die Stoffwahl belegt. Nicht mehr das allgemein menschliche, zivilisierende, klassisch befriedete Element antiker Dichtung, sondern das Besondere, Extreme und Grausame rückt in den Vordergrund. Dabei steht in vielen Werken auf der Ebene des Sujets der subjektive Innenraum des humanistischen beziehungsweise klassischen Individuums zur Debatte. Das Subjekt, dem, zumindest als Postulat im Idealismus, Identität und Autonomie inheriert, wird radikal in Frage gestellt. Die implizite Theorie der Wunschproduktion, welcher das Fühlen und das Unbewusste als soziale Produktionen auffasst, macht die Modernität Kleists aus und setzt ihn zur literarischen Klassik und Romantik im Gegensatz. Erzählerisches Werk, Lyrik und weitere Schriften Kleist war ein Meister in der Kunst der Erzählung. Michael Kohlhaas gilt als eine der wichtigsten deutschsprachigen Erzählungen ihrer Zeit. Darin gibt der berühmte Brandenburger Pferdehändler Kohlhaas aus Luthers Tagen seine Familie, die gesellschaftliche Position und sein sonstiges Hab und Gut auf, verletzt schließlich sogar selbst die Rechtsnormen, nur um in einem relativ geringfügigen Streitfall, bei dem ihm ein klares Unrecht zugefügt worden ist, Recht zu erhalten. Ihm wird in der Erzählung ein ambivalentes Denkmal gesetzt. Bedeutend sind weiterhin die Erzählungen »Das Erdbeben in Chile«, »Die Marquise von O«, »Die heilige Zizilie« oder »Die Gewalt der Musik«. Kleist war zudem ein vaterlandsliebender, franzosenfeindlicher Dichter, was sich deutlich in seinen Gedichten »Germania an ihre Kinder« und »Kriegslied der Deutschen« äußert. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation bestand zu seiner Zeit zum Teil aus von Frankreich besetzten und somit abhängigen Vasallenstaaten, die unter anderem Truppenkontingente für die napoleonischen Eroberungskriege stellen mussten oder direkt von Napoleon annektiert worden waren. Im Gegensatz zu zeitgenössischen Gepflogenheiten hat Heinrich von Kleist keine offenkundig ästhetisch-programmatische Schrift hinterlassen. Insbesondere das Marionettentheater wurde auf seinen theoretisch-poetologischen Gehalt hin untersucht. Doch wurde hierbei generell der fiktive Charakter des Gesprächs vernachlässigt. Es handelt sich um einen Bericht über ein Gespräch, das zum Zeitpunkt der Wiedergabe bereits einige Jahre zurückliegt. Nur unter Vorbehalt lässt sich in dem kurzen Aufsatz die Proklamation der Wiedererlangung eines paradiesischen Zustandes erkennen. Besonders Hannah Hellmann, die das Marionettentheater im Jahre 1911 wiederentdeckte, deutete diesen Text im Sinne der romantischen Triade, die die dritte Stufe der menschlichen Entwicklung, d.h. die Wiedererlangung des paradiesischen Zustandes, im Bereich der Kunst verwirklicht sieht. Übersehen hat sie allerdings, wie viele nach ihr, die Ironie, mit der diese für den Haufen erfundene Spielart als schöne Kunst anerkannt wird, ausgerechnet Bauernfiguren gelten für vorbildlich. Übersehen die Ironie, mit welcher die Bewegungen derer, die ihre Schenkel verloren haben, am häufigsten ja im Krieg, und nun mechanische Beine besitzen, mit Ruhe, Leichtigkeit und Anmut ablaufen sollen.